hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von dead by daylight heute extra für special haben wir alle eine mondkarte dabei heißt wir haben gleich vier mondgeneratoren auf der karte und hoffen dass wir ein paar coins verdienen können ja das hoffe ich auch ich bin sehr gespannt und außerdem heißt das pokémon karte pokémon natürlich ob ich habe einen weißen drachen dabei wer war das war war das freddy oder meier passiert ist ja das war doch eine wunderschöne folge ich bin eher so für das ist meine mittelmäßigste folge 1 11 die wirte aber auch ein feuerwechel gefühl ab ja klar rons brodelste aufgefallen dass man hier den höchsten rang da hat ich war letztes mal auch schon auf 13 12 und dann ist es wieder zurückgesetzt das ist echt scheiße das resettet sich immer ja mein wani wäre das erste mal als ich so mit ihr gestockt habe auf 1 gewesen ja da gab es noch kein pubg bei dir ne toll und das video ist gesperrt oh man warte warte ich möchte brüste brüste halte ich nope da sind sie vier coins zu holen du bist so ein spinner ne schreibt mir auf steam nachricht die brüste wie kann man die gar nicht sehen ich hab die ich hab die auch ausgehört die also ich bekomme die ersten hat ja auch einen grund ich bekomme auch welche ich bekomme auch immer welche oh man wieso schreibst du mir nope besser schreibt er immer das ist ein spruch nope 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 ja sing winky weitergehen danke hey winky tinker hier steht ein mikro das hat man gemerkt oh man mein mikro über meinen mein dicks mit kabel zu kabel voll Der Killer? Welche Karte? Faulige Felder. Oh, das ist schon wieder das Schwein. Ist das selbe? Das wäre mies. Ich schaue mal nach. Er ist einfach rausgeflogen. Nee, ist nicht. Das selbe. Woher weißt du das? Ich gucke gerade. Oh, wir gucken bei Steam. Wie bei Steam? Bei Mitspieler. Bei Mitspieler, ja. Wenn man einen seiner Mitspieler nicht kennt, dann ist das der Killer. Soll ich einen Haken kaputt machen? Ja, mach mal kaputt. Ich hab hier einen Relehrerat schon dann auskommen. Oh Gott. Ich hab eine geile Idee. Lol, hä? Lul. Was denn? Einen Haken für dich. Oh, so muss ich einen Mondhaken oder noch? Noch einen Mondhaken? Soll ich nicht gucken? Ja, kannst du machen. Ja, okay. Ich mag dich. Ich hab Spaß dran. Ob sie. Sie ist aber, ähm, nicht mehr bei mir. Unser Haken, den du gerade kaputt gemacht hast, ist wieder da bei Zoe. Hallo, hallo. Hallo. Da, hübscher. Da. Ist es Blue Hair? Ich bin so erschlecht gerade, ne? Nach mal. Mal. Jetzt will mir das Schwein kommen, ne? Denkst du mit einem anderen Schwein. Wo bist du denn? Ich war beim Mondgenerator. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, da war ich. Jetzt tappt die Degenerator kaputt. Ich weiß, ich weiß, das war ein Arschlochmuth von mir, aber gebt mir meine Coins. Nee, ah, hängst mich nicht am... Ja, kannst mich ja gar nicht am Mondhaken aufnehmen, weil er kaputt ist, oder was? Das würde mich stinken, wenn ich die so, ne? Sag mal, Rani? Ja? Ich hab zwei Flugbesuche in meinem Departellentleben gestartet und zweimal zu mir runtergetrunken. Ruselecht, du. Der schafft alles. Das Schwein ist im Zufall. Das Schwein ist im Fall. Ha, ich hab die geblocken. Geil. Läuft beruhig, würde ich sagen. Ja, bei uns auch, ne? Ja. Nein. Nein. Rusele sagt, ne? Quasi mit Ankündigung. Hey, seid ihr da hinten? Nein. Also komm her zu uns. Ich will dir helfen. Ach, geil. Ich brauch einen. Ich hab mir irgendwie das Knie aufgeschöpft. Ja, guck mal, da hast du ein Pflaster, ne? Mit Pinguinen drauf, ein gutes. Aber eigentlich bin ich so männlich, man müsste mich mit einer Werkzeugkiste halten. Oh Gott, ich höre das Ding schon wieder. Gibt's doch nicht. Ah, Amanda! Ach komm, das gibt's nicht. Ja. Ja. Kriech mal wieder nach vorne. Nico. Weiter nach vorne kriechen. Ich werde nach vorne. Kriech halt nach vorne. Kriech nach vorne, mir geht's gut. Oh, die ist im Feld. Die leckt übel rum. Ja. Ich krieg gerade. Soll ich für meine Punkte? Das haben wir in der Falle. Oh, die ist so lecky. Ja, ja. Ich will meine Punkte. Jetzt gucken. Da ist eine Storbox, da, da und da. Gibt's bestimmt keiner mit dir. Leck die, ey. Oh, danke. Schlech, 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 schlech. Güchte. Oh Gott, ne, die hat mich jetzt schon wieder fast auf. Ja. Oh, Mann. Oh, Mann. Der Feller im Roggen. Oh, Mann. Oh, Mann. Warum, warum immer das, was mir gehört? Hä? Macht die überhaupt gerade was? Ja, die hat sich eine Falle draufgelegt. Kommt mich gerade nicht. Die ist so lecky. Vorsichtig, kommt zu euch. Bei uns hier stärkt die Achtung. Haust du mir leid? Ist, ist, ist egal, ist egal. Nein. Hä, warte, warte, was ist denn los? Die backt voll rum. Was ist da los? Ja, laggy. Die ist laggy. Mich kann man hochhalten, also, ey. Nee, die bieten mich schon wieder in den Keller. Jemand ist bei mir. Nein! Warte, warte, warte. Ich komme zu dir, Manni. Oh shit. Wenn du die Lehrtaste überlebt, das nicht. Aber was sind die eigentlich von mir? Sollen wir den Generator starten, ja oder nein? Dann warten wir einfach. Ja, tu es. Do it. Ich bin unten rauszukriegen. Warte, immer noch. Ich bin aber schon voll. Warte, immer noch. Du darfst bei mir gegen die Bahn. Ach, warte. Wahrscheinlich sind die Chinese. Ja, die ist rei. Hi, Manni. Die ist auch, ähm, ein Chinese oder, was war das? Nee, warte mal. Das ist Russland. Boah, diese Russen. Die steht ja auch unten. Also, ich höre, es ist ein Herzschlag immer noch, ne? Warte, jetzt da runter. Nee, nee, nee. Was? 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 Lauf, lauf, Nico. Lauf, 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 lauf. Ich bin fast geeignet, das gibt's nicht. Weil das schafft sie ja, ne? Ist sau. Ja, natürlich. Nico, du musst an die Kisten, ne? Fucking hell. Sollte ich da warten, bis sie ins Keller kommt und dann an die... Ey, sie liegt bei mir grad gegen den Hagenlampe. Wir auch, ja. Mann. Wie ist Leggy. Ja, und... Hä, war die Hex auch kaputt und so rum? Ja. Witzig. Witzig, du. So neuer Partykeller. Mit, mit nem schicken Kopfschirm, siehst du das? Ja, geschickt, das? Ich bin so hübsch. Sag mal, irgendwie ist auch mein komischer Skillcheck-Balt hier unten vor Lady. Der geht die ganze Zeit vor und zurück, vor und zurück. Aber Time zählt aber nicht mehr für dich, ne? Gott, was? Ach, scheiß, ich fliege gleich. Ich hab ein bisschen auf dem Kopf. Was? Ähnlich. Ich hab doch gesagt, World Time zählt nicht mehr für dich. Warum? Seit wann? Wieso? Weshalb? Du kannst es mehrfach machen. Wieso, weshalb, warum? Na, okay. Okay, jetzt bin ich am Arsch. Kann die Falle nicht entfernen, Leute, ne? Wieso? Weil der Balken nicht lädt. Bei mir auch nicht. Geißte. Ah, jetzt. Weißt du, die Uhr tickt weiter so richtig unfair. Und der Balken, ich mach so viele Skillchecks. Aber nix bewegt sich mehr. Hallo? Ja, jetzt schaffe ich es, glaube ich nicht. Nein. Ja, läuft ja. Weil wir sind ja auch erst von der Wand gerannt. Dann hast du mich doch irgendwie dann noch gekriegt. Ey, was ist das denn los? Die kriegt nach dem Spiel eine schlechte Bewertung. Das ist unfair für uns einfach. Ja. Ich werde es auch nicht mehr schaffen. Vielleicht nicht mehr. Was? Ach, du, 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 Ptapha. Was? Ptaphas. Ach, nö, ne? Alle Kassen durchprobiert. Der letzte ist es natürlich. Mal sehen, ob Jake es noch in Time schafft. Da kommt der Schwein. Blöde Zau. Alles egal, ich muss da jetzt noch dran. I have to live to... I have to well to live! Oh, Mann. Well to live! Let's go, Mati! Hi! 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 Ja! Als du hängst, bist du gleich tot, ne? Ja, Nico könnte mich holen. Ist die nicht mehr unten? Nein. Komm in! Ja. Was tut ihr? Ich halte dich jetzt hoch. Der Bagger war mir in der Nähe. Jetzt dreht sie Richtung Keller. Schlecher Schäme ist weg da. Ich komme jetzt zu euch. Wenn er noch eine Chance hat. Ich will nicht, ich will nicht. Oh, nie. Ich werde dich selber. Klaft ihr jetzt wieder her, damit sie mich nicht sieht. Bin davon gekommen, ne? Mann, die hat mich gerettet, obwohl sie gleich tot ist. Oh, nein. Oh, nein, 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 nein. Oh, schütt. Oh, okay. Oh, wow, nein, 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 nein. auf jeden fall ich weiß jetzt schon das ist kein leute kriegen wir die kreuz auch wenn wir nicht rauskommen da leicht jetzt legt sie wieder ich habe gerade den generator voll ja ist so sie läuft ja in eine ganz andere richtung und auf einmal steht sie hinter dir hatte ich auch schon bei minecraft heißt das backslash tp killer to sauerbarzi enter kann ich nicht wohnen er ist wohnen du kannst du auch so ist sie was soll ich sagen du lauf auch durch die gegend einfach nur laufen 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 oder gehen am besten wenn sie wenn sie kämpft die auf die luke und lass dich schlagen du kannst du einfach wechseln mit einem eins drück die ganze zeit die taste wenn du davor stehst jetzt pack ich hier rum na wie wies stell dich davor mit der kiste in der hand ist egal ich bagge voll rum leute mir geht es nicht gut ich habe nur schluckst du guck nur für lustig ne er kann die nicht nehmen oh scheiße nehm ich das wieder mit oh man jeder wo ich gestorben bin ist auch das ist jetzt hier auch was sagt rechts 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 ein bisschen links jetzt links durch die palette ah da ist sie nicht gestorben ne beim backer war das da aber das war auch so ne mehdrescher irgung es tut mir leid verzeiht ja links oder ja 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 da ja da juhu juhu geil das ist auch einer sehr gut gemacht freien uns für dich wager schön aber nur wegen euch gut die nachrichten dauern noch ich bin jetzt auf ranken 17 ahja oh boy ja das geht ja gar nicht weißt du wieso hat man so ein internet und spielt dann wenn man Tetris am PC spielt wie kann ich denn wirklich für Porting jetzt für nix sorry hauptsache sorry ne boah könnte ich hier wieder reinkloppen und sowas ey ja meine lieben leute habt ihr mal gesehen wie es ist wenn wir hier fucky killer haben nix sorry euer das steht ja nicht sonst wenn man im russland irgendwo im wald lebt mit seiner hinterwälderfamilie soll man wirklich richtiges internet haben wenn man so ein virtualen spiel spielt ja auf jeden fall ja das soll auch mal loswerden das soll auch gesagt werden hier ja dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten Folge bis dann bei bei tschüss bei bei tschau tschau